Deutschlandfunk, DLF-Magazin. Ein Streit auf einem Stadtfest mündet in eine Messerstecherei. Ein 35-jähriger Mann wird von Asylbewerbern getötet. Das war der Anlass, der Ende August zu den rechtsextremen Ausschreitungen in Chemnitz führte, die die Öffentlichkeit seither beschäftigen. Vorläufiger Höhepunkt der Sache ist nun die weithin zuhörende Aufforderung, die Kanzlerin möge den Präsidenten des Bundesverfassungsschutzes, Hans-Georg Maaßen, entlassen. Manche Politiker, Politikerinnen, auch Journalisten und andere haben in den vergangenen Tagen zu Protokoll gegeben, dass Chemnitz eine Art Wendepunkt war. Die Grünen-Politikerin Renate Künast erklärte im Interview mit der FAZ, für sie sei die neue Form des Rechtsextremismus eine massivere Veränderung als etwa die deutsche Einheit. Früher habe gegolten, Zitat, wer kritisierte, wollte das System verbessern, Zitat weiter, Jetzt aber geht es darum, dieses System abzuschaffen. Das ist eine neue Qualität. Ich habe vor der Sendung mit dem Politologen Samuel Salzborn gesprochen. Zurzeit ist er Gastprofessor für Antisemitismusforschung an der Technischen Universität Berlin. Meine erste Frage war, wie er die Bedeutung der Chemnitzer Ereignisse und die Folgen einschätzt. Ich glaube, wir haben es einerseits mit einem Wendepunkt zu tun, andererseits aber auch nicht, weil die Geschichte des Rechtsextremismus und auch des Rechtsterrorismus in der Bundesrepublik ist eine lange. Gerade wenn wir an die Zeit um 1989, 90, die frühen 90er Jahre denken, dann haben wir schon mal eine Phase, in der es massive Anschläge auf Flüchtlingsunterkünfte bis hin zu Morden gegeben hat und auch ein erstes Erstarken rechtsextremer Parteien in Parlamenten, verbunden mit dem Entstehen des nationalsozialistischen Untergrunds als einer rechtsterroristischen Organisation, die ja auch eine Reihe von Menschen ermordet hat. Ich glaube, das darf man nicht ausblenden. Das heißt, der Rechtsextremismus kämpft schon länger und auch mit ähnlichen Mitteln gegen die Demokratie, was tatsächlich einen Wendepunkt darstellt, ist, dass wir jetzt eine Konstellation haben, wo wir Gewalt auf der Straße, Gewalt gegen Flüchtlinge, Gewalt gegen Andersdenkerne haben und da aber quasi ein Backup in den Parlamenten existiert. Also das heißt, es gibt einen parlamentarischen Arm dieser Aktivitäten. Wir haben im Bundestag und fast allen Landtagen eine Partei sitzen, die eben genau für diese völkische Rebellion, für diesen Angriff der Antidemokraten steht mit der AfD. Und das ist, glaube ich, eine große Veränderung des politischen Klimas, weil es eben nicht nur auf der Straße stattfindet, sondern auch in den Parlamenten und sich wechselseitig aufschaukelt, bestärkt und verstärkt. Haben Sie gestern die Bundestagsdebatte verfolgt, die ja einige Energie freigesetzt hat? Die SPD hat zu neuen Begriffen gegriffen, um die AfD anzugreifen und die AfD hat entsprechend empört reagiert. Fanden Sie das angemessen eigentlich? Ich glaube, es ist dringend notwendig, eine klare Sprache zu finden und man kann jedem Politiker und jeder Politikerin nur danken, die das auch im Bundestag genau an dieser Stelle so klar und deutlich formuliert. Das ist aber die eine Seite. Die eine Seite ist, man muss klar benennen, dass es hier um antidemokratische Kräfte geht, auch wenn sie im Bundestag vertreten sind. Die andere Seite ist aber, wir vermissen, glaube ich, im Moment noch sehr stark ein ernsthaftes Agieren der Judikative und auch der Exekutive, weil ein solcher Angriff der Antidemokraten wird sich nicht nur mit klarer Sprache, nicht nur mit Appellen an die Zivilgesellschaft abwehren lassen, sondern da ist gerade auch die politische Agenda in Bezug auf Möglichkeiten, die das Rechtssystem bietet, die auch die Strafverfolgung bietet, die aber auch eben genau Exekutivmaßnahmen beinhaltet, dringend gefordert. Und darauf warten wir, glaube ich, noch viel dringender als auf diese klare Sprache, die ohne jede Frage zu begrüßen ist. Zu einem ähnlichen Komplex lässt sich vermutlich ein Vorfall rechnen, der erst mit einiger Verzögerung auch aus Chemnitz bekannt wurde, nämlich, dass bei den dortigen Ausscheidungen Ende August auch ein jüdisches Restaurant und dessen Wirt angegriffen wurden. Inzwischen wurden auch harsche Vorwürfe gegen Sachsens Landesregierung, namentlich den Innenminister und gegen die Ermittlungsbehörden laut. Sie hätten auf diesen klar antisemitischen Angriff nicht reagiert und vielleicht gehofft, dass er im Trubel untergeht. Erkennen Sie Vertuschungswillen? Ich glaube, die eine Frage ist, was die konkreten Ereignisse angeht, müssen die in den Untersuchungen bewertet werden. Das müssen am Ende andere entscheiden, wie der einzelne konkrete Prozessablauf gewesen ist. Aber wir sehen ja eine lange Tradition in Sachsen, die im Prinzip über Jahrzehnte zurückgeht, den massiven Rechtsextremismus, den es ja seit den 90er Jahren schon gibt. Der sich vernetzt, der sich intensiv strukturiert und der auch einen Hintergrund für den nationalsozialistischen Untergrund letztlich gebildet hat in Sachsen, dass das in der sächsischen Politik von Anfang an kleingeredet, nivelliert, beschönigt und letzten Endes verharmlost wird. Und insofern haben wir einen Riesenberg an Problemen in Sachsen, die die sächsische Landesregierung fortwährend immer weiter produziert mit ihrer Form der Politik. Und ich habe den Eindruck, dass hier quasi eine Regierung im positiven Sinne überfordert ist. Im negativen Sinne wird man davon ausgehen müssen, dass es hier schlimmstenfalls vielleicht Sympathien für bestimmte Weltanschauungen gibt. Und das ist natürlich gerade für eine konservativ geführte Regierung ein fatales Signal und, glaube ich, hochproblematisch auch vor dem Hintergrund der Geschichte des Konservatismus. Was heißt im positiven Sinne überfordert? Naja, die Frage ist, warum kann man eine Form von umfangreichem Versagen des Umgangs mit einer rechtsextremen Mobilisierung, einer Mehrfachmobilisierung auf der Straße, warum findet das statt? Das heißt, im positiven Sinne, wenn man alles zugutehalten würde, könnte man einfach nur sagen, die Politik und auch die Polizei ist organisatorisch überfordert. Ich sage deshalb im positiven Sinne, weil die anderen Lesarten sind natürlich solche, die auf die Frage abzielen, warum reagiert man auf solche Dinge nicht, wenn sie vorfällig bekannt gewesen sind, wenn sie sozusagen sich ja auch wiederholt haben an den Orten, an unterschiedlichen Orten, warum reagiert man nicht? Dann muss man auch die Hypothese in den Raum stellen, dass es hier eben auch darum gehen kann, dass man selber eben der Auffassung ist, dass es sich nicht wirklich um ein Problem handelt oder dass man quasi sogar Teilelemente des rassistischen oder völkischen Weltbildes teilt. Und insofern bei diesen möglichen Problemdiagnosen ist die Frage oder ist der Aspekt der Unfähigkeit noch der harmloseste. Wie viel Vertrauen haben Sie denn eigentlich noch in den Verfassungsschutz bei der Beobachtung und Meldung von Aktivitäten im rechten Spektrum? Ich glaube, man muss in den Blick nehmen, es gibt Landesbehörden für Verfassungsschutz und das Bundesamt für Verfassungsschutz. Alle verstehen sich ja letzten Endes in ihrem Selbstverständnis als Frühwarnsystem der Demokratie, also das Frühwarnungen gegen Extremismus formulieren soll. Vom Bundesamt für Verfassungsschutz hat man da in den letzten Jahren und auch in der unmittelbaren Gegenwart relativ wenig bis gar nichts in Bezug auf Rechtsextremismus gehört. Ich glaube, Journalistinnen und Journalisten sind oftmals viel besser informiert, auch gerade Fachinformationsdienste, die im Bereich des Antifaschismus arbeiten, haben Informationen oftmals zwei, drei Jahre bevor der Verfassungsschutz sie öffentlich macht. Und ich muss zugeben, dass mir relativ schleierhaft ist, welche inhaltliche Qualität das Bundesamt für Verfassungsschutz gegen Rechtsextremismus überhaupt liefern kann. Es mag ja sein, dass man mehr Informationen hat, als man öffentlich kommuniziert, aber wenn man sie quasi immer nur beschweigt und nicht öffentlich thematisiert, muss man sich auch die Frage fallen lassen, ob das Amt in Bezug auf den Rechtsextremismus eigentlich überhaupt einen Nutzen hat. Ich habe zumindest den Eindruck, dass Herr Maaßen mit seinem Amt deutlich überfordert ist, es stark politisiert einsetzt und letzten Endes der Verantwortung, die damit ja auch in einer Öffentlichkeit verbunden ist, in keinster Weise gerecht wird. Ich bin mir noch relativ unsicher, ob das nur ein Skandal ist, der Herrn Maaßen betrifft oder der auch den Innenminister Herrn Seehofer mit umfasst, weil die gegenwärtige Aufklärungslage hier doch ein großes, diffuses Gemenge zutage treten lässt. Und meinem Eindruck nach, wie es hier mit einem innenpolitischen Skandal absoluter Größenordnung zu tun haben, bei der letzten Endes Herr Maaßen eines ganz deutlich unter Beweis gestellt hat, dass er nicht qualifiziert ist, das Amt länger auszuüben. In Chemnitz war ja auch deutlich der Schulterschluss zwischen AfD-Politikern und rechtsradikalen, rechtsextremen Aktivisten zu erkennen. Und nun legt die AfD ja auch großen Wert darauf, nicht als antisemitisch zu gelten. Im Gegenteil, in der Gegnerschaft zur Einwanderung von Muslimen wiederum gäbe es auch große Gemeinsamkeiten mit der jüdischen Gemeinde, so wird jedenfalls behauptet. Jetzt rufen rechtsradikale Gruppen aber offenbar auch im Nachgang zu den Chemnitzer und Kürtner Ereignissen zu einem sogenannten Trauermarsch in Berlin auf, am 9. November, dem 80. Jahrestag der Reichsprogromnacht. Soll man das verhindern? Lassen Sie uns vielleicht noch mal in Erinnerung rufen, was das Institut für Demoskopie in Allensbach kürzlich herausgefunden hat. 55 Prozent der Anhänger der AfD sind der Auffassung, dass Juden auf der Welt zu viel Einfluss hätten. Das ist deutlich signifikant, weit entfernt von allen anderen Parteien. Wenn die AfD behauptet, sie habe kein Antisemitismusproblem, ist das schlichtweg gelogen. Das betrifft einerseits ihre Anhänger und auch ihre einfachen Mitglieder, aber auch ihre führenden Repräsentanten. Denken wir nicht nur an die Fälle Gedeon und Höcke, sondern denken wir auch beispielsweise an Gauland, der ja unter anderem der Auffassung ist, dass man die Wehrmacht, also die Armee, die letzten Endes den antisemitischen Vernichtungskrieg geführt hat, dass man deren Leistungen anerkennen solle. Ich glaube, wir haben es hier mit einem massiven Problem mit Geschichtsrevisionismus und Antisemitismus zu tun, bei dem sich gerade jüdischen Gemeinden überhaupt nicht auf diese Pferde locken lassen, dass die AfD in irgendeiner Weise ein Verbündeter sein könnte, weil der geschichtsrevisionistische Antisemitismus ist auf breiter Front in der AfD verankert. Und wie gesagt, unter den Anhängern vertreten 55 Prozent die Auffassung, Juden hätten auf der Welt zu viel Einfluss. Das ist völlig unzweifelhaft, jenseits aller Begriffsdebatten Antisemitismus. Und insofern glaube ich, muss man hier auch eine sehr viel klarere Sprache in der Auseinandersetzung mit der AfD finden und auch klarer betonen, die Partei hat ein massives Antisemitismus-Problem. Es wird hier nun auch immer deutlicher, dass viele Menschen, also auch AfD-Anhänger, aber gar nicht nur, sich über Verschwörungstheorien radikalisieren, die sie vornehmlich aus dem Internet beziehen. YouTube scheint da eine wachsende Rolle zu spielen. Und da wabern dann im Ursprung teils berechtigte, teils hanebüchende Formen von Kritik etwa am Finanzkapitalismus herum. Das 11. September-Gedenken wird eingetrübt durch verrückte Thesen zu den Schuldigen. Alles oder fast alles davon mit antisemitischem Unterton oder antisemitischer Grundierung. Sehen Sie Methoden, dieser Form der Radikalisierung zu begegnen? Verschwörungsmythen haben ja die Funktion, in eine nicht verstandene Welt scheinbar Klarheit zu zaubern. Das heißt, sie versuchen für diejenigen, die an sie glauben, eben etwas erklärbar zu machen, was man nicht begreifen kann oder nicht verstehen kann. Dagegen kann man letzten Endes auf der einen Seite immer nur die Aufklärung setzen. Man muss betonen, dass es jenseits aller Diskussionen, die es um Interpretationen gibt, klare, harte, prüfbare Fakten und damit auch Wahrheiten gibt, die letzten Endes nicht verhandelbar sind. Das ist der eine Teil, der langfristige der Prävention und Aufklärung. Der andere ist, wenn wir gerade den Bereich des Internet in den Blick nehmen, haben wir erste Schritte mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz auch gegen solche Formen von Verschwörungsmythen vorzugehen, die ja letzten Endes verhetzenden Charakter haben, die gegenaufklärerischen und antidemokratischen Charakter haben. Ich glaube aber, hier ist auch die Politik gefordert, einen Weg, der angefangen ist, sehr viel deutlicher auch zu beschreiten und gerade die Internetunternehmen endlich in Haftung zu nehmen, das auch durchsetzen zu müssen, was Rechtslage gegenwärtig darstellt. Ein Gespräch war das mit Samuel Salzborn, der ZEIT-Gastprofessor für Antisemitismusforschung an der Technischen